Der war total brav, ich habe mich sofort wohl gefühlt, ich habe mich sofort sicher gefühlt, ich hatte überhaupt gar kein ungutes Gefühl. Und wir sind dann sofort losgetrabt und wir sind, ich habe nicht lange drauf gesessen, fünf Minuten oder so. Und da fehlt ihm dann halt auch die Kraft, der ist ja wirklich noch ganz jung und man kann den halt jetzt keine halbe Stunde reiten oder so. Das ist ja alles viel zu lange und vorher durfte er noch frei laufen, ist natürlich für den jungen Pferdekopf echt viel. Und deswegen habe ich auch wirklich so nach vier, fünf Minuten habe ich gesagt, das reicht jetzt auch, es ist genug. Und dann habe ich gemerkt, jetzt geht einfach der Sprit leer und dann lassen wir es gut sein.